Und welche Instanz ist es? Es ist und bleibt ein Rätseln. Ich habe keine Ahnung, was die Bosse können. Ich habe mich nicht informiert. Ach, das ist die hier. Ähm... Kettelein? Okay. Ich habe jetzt auch keinen Damage-Meter oder so, aber... Soll passen. Hoffentlich. Ich habe nur gehört, dass der Thresh relativ gut sein soll, am Anfang. Wenn er noch kein Gear hat hier. Oh, ich denke, werden die auch skaliert, oder? Ja, Arzorz-Skalierung auf 160, aber wir werden sogar runterskaliert. Ist ja nett. Okay. Dann werden wir runterskaliert werden. Das ist super. Und ich glaube, hier gibt es sogar ein Maul-Tonel-Instanz. Glaube ich schon. Da bin ich aber nicht 100% sicher. Ich könnte mal Rätsel weiter machen. Mein Schar. Ich könnte noch ein bisschen was bekommen. Bevor es hier... ...mit dem Spiel weiter geht. Aber das hat noch Zeit. Wollte ich nicht, dass wir noch mehr haben, wir schon. Klar. Das hat voll gesessen. Wollte voll voll angeschissen. Ich glaube, das ist von diesem Vogel da oben, ja. Der Herr ist zubummt. Der Fallen-Ding mich zubummt. Der Pena. Das macht man nicht. Ist doch voll eklig. Ach komm. Scheiße, ihr kleine Scheißer-Schins. Ja, ich könnte den auch hochschießen, sozusagen. Was das ein Weh da war. Das ist ein Standard-Emo. Das muss man mal so gehen. Klar. Ich kann das verstehen, wenn ich das irgendwo machen soll. In einer mythischen Emo oder so. Aber selbst da ist das... ...keine Dinge mehr mit der Akku. Es sei denn, sie haben natürlich wieder was geändert. Kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Übrigens gibt es noch eine neue Fähigkeit, aber die habe ich jetzt nicht geskillt. Das habe ich nicht geskillt. Jetzt könnte ich auch mal mein Pet größer machen und stärker, aber... ...ich muss zuerst etwas anweseln. Besonderes. Also sowas wie RTL. RTL ist auch nur Trash. Guck mal, was hier noch alles auf uns zukommt, in der Instanz. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das hier einen Mount geben soll. Das ist die Allianz. Erste Allianz. Gut. Erste kann man nicht sein, aber... Einer der ersten Allianz, die es tanzen ist. Also... ...auch für die Horde, aber... ...auf dem Allianz-Kontinent. Damit... ...dem Abschauen. Dann weg damit. Die könnten mich natürlich auch vereisen, ne? Ich habe das Ziel. Normaler 요�erin. Ents. ants-Tänzen? Da bin ich das gar nicht gewöhnt. Wenn da irgendetwas machen muss. Ich muss zuerst etwas anweseln. Tänze bin ich das gar nicht gewöhnt, leute. Was war das schon mal? Tänze! Ich weiße mal den kann ich unter... Nein. Wo habe ich denn meine Unterbrechfähigkeit? Ach da. Gegen Schuss das? Ja. Hab ich auch nicht mal. Wie auf dem Live-Server. Na gut. Vielleicht hat den angreifen, danke. Ach ja, überall diese Bodeneffekte hier. Aber ich glaube, damit wollen die einen den Boss vorbereiten. So ist es doch immer in neueren Instanzen. Was heißt in neueren Instanzen? Mittlerweile in allen, oder nicht? Außer den Classic vergleicht, aber die gibt es ja so gesehen auch kaum mehr. Klar gibt es sie noch, aber... Nicht im Velerantenbereich. Der Tank ist gar nicht gleich. Ihr wisst schon. Geschichte, würde ich sagen. Jetzt habe ich eine Falsche in die Wagen gesetzt. Aber... Macht ja nichts. Müssen wir eigentlich auch nicht. Jetzt wäre hier nichts Relevantes dabei. Gut, was kommt jetzt? Der erste Boss. Der erste Boss. Oh, falscher Knopf natürlich. Egal. Ich denke, wenn ich großartig Heilung brauche. Ich denke nicht, meine Freunde. Der Himmelscapt'n. Und ich glaube, was er geritten hat. Diesen Vogel. Der wollte gerade größer werden. War dann aber nicht sehr nett von ihm. Oh, ich fand er auf mich die ganze Zeit anzukacken. Ich sieht aus wie Vogelscheiße. So... So erratige Vogelscheiße. Ach man, ich... Ich vergess immer, dass mein... Na gut. Ah! Einmal Cringer mal. Hab ich nicht. Was ist das denn für ein Erfolg? Was ist das denn für ein Erfolg? Okay. Kapier's nicht. Irgendwas wird das schon sein. Aber der Vogel ist weg. Ist das etwas... Und der gibt 217er Ausrüstung. Okay. Das ist schon mal cool. Ach komm, der reitet. Was würde ich... Was würde ich machen? Das hier. Okay. Ahoi. 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 Kann man auch noch mal ein bisschen. Kann man auch noch mal ein bisschen. Kommt schon hier. Wir werden hier ein paar Nausen hier. Wartet mal, komm. Den werden wir mal hochschießen. Ach der ist tot. Den werden wir doch nicht hochschießen. Ich bin tot. Okay. Da sind wir gepript. War ein bisschen zu viel. Das ist gut. Das ist gut. Ähm. Caddy. Ist tot. Okay. Dann werden wir das gleich wiederbeleben. Caddy. Caddy line. Cad mcadden. Ja. Ich weiß. Der war nicht gut. Der war nicht mehr annähernd gut. Aber. Muss auch nicht. Ich weiß nicht. Der wird schon schießen. Der ist nicht. 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 Jetzt hätte ich mal in der Dingensuite an die richtige Stelle liegen. Der Rest schon. Gegenschuss. Ich weiß ja nicht mehr, wo die richtige Stelle war. Aber man muss ja auch die NPCs kennenlernen, was man da unterbrechen kann oder was nicht. Fühlt sich dann ein. Dann achtet man da auch mehr drauf. Oh, ein Hündchen. Was macht denn das Hündchen da? Ach, jetzt hätte ich wieder unterbrechen geholfen. Habe ich zwar noch nicht, aber hätte ich. Na gut. Gibt's da noch was. Zum Beispiel zum Happy, aber... Das ist eine andere Geschichte. Mal mehr, du Affe. Gibt's sich auch mal wieder. Du bist auf Pandaria Affe. Ich glaub die Ratten gab's jetzt mit Legion als bei uns, ne? Glaub schon. Oh, ich kann versuchen jemanden zu... Bewusst schon. Oder... Habe ich. Habe ich. Habe ich. Hat der Klasse dann in den richtigen andersiert. Dafür. Aber... Ich weiß auch nicht wie lange ich heute noch mache, aber ein bisschen was geht noch. die Resten hier noch. Noch eine Instanz. Nicht morgen, also beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Session. ich würde da konzentrieren wir uns sowieso erstmal auf Lenz Tanzen als Cezara PP deswegen ja ich glaube ich werde die Folgen in die VTL warten das heißt hier den ganzen Dungeon die anderen Sachen dann halt 15 rufen denke ich mal ich denke das ist okay vielleicht noch ein bisschen länger kürzer nicht ich habe jetzt nichts mehr also auf die Redding das sind die auch nun mal gefasst ich glaube das sind die von Herode die geheißen die eher zur Rode gehören weil die da halt auf dem Continent von denen vorkommen und man denen da hilft und wir helfen halt den Trottel Todell die anderen wir wissen schon den Schichtgröden haben wir hierher und wir malte ist das der Wund gewesen? das haben wir auch hier mal wir haben noch drei Brosse ich bin mal gespannt jetzt haben wir keine Vogelscheiße die mehr die von oben kommt das finde ich doch schon mal gut das ist der Wundervoll und dann Du bist noch gar nicht im Kampf. Okay, das ist jetzt der nächste Boss anscheinend. Dann wollen wir doch mal. So wie es markiert hat. Ui. Vollkommen falsch reingelaufen. Ich weiß, ich seh nix. Ich seh nix. Ich bin wahrscheinlich in dem Fass dran. Wie komme ich denn aus dem Fass raus? Indem ich zum Beispiel sterbe. Weil ich weiter in diesem Teil dran bin. Scheiß Gegner. Ja, die hätten wahrscheinlich das Fass kaputt machen müssen. Fass mich hier nicht, der mich hier nicht. Nee, hat er nicht. Ich hab ne neue Dora. Ich war. Kippen. Kippen. Na gut. Jetzt hängt es weiter am kopieren. Gut, jetzt hier zählt nicht meine Rechnung, das ist schon mal schön. Aber gut, wir sind doch. Das Kapitänskomitee. Das war ein Boss, aber hier ist kein Loot. Das war ein Boss, aber hier ist kein Loot. Das war ein Boss. Das war ein Boss. Vielen Dank.